Hallo, ich wollte euch mal zeigen, wie man das aktuelle HDS 7 mit dem 3D-Splot-Scan im Kajak einbaut. Und zwar habe ich dafür auf das System von Rail Blaser zurückgegriffen. Das ist für mich das flexibelste System. Bei mir war es so, ich habe unter dem Kajak eine Aussparung für einen Echolotgeber schon drin, da habe ich aber den normalen Echolotgeber rein, weil ich beide Echolotgeber haben möchte. Also habe ich mir hier, ich mach den mal weg, habe ich mir hier von Rail Blaser das Sonar-Kit bestellt. Das Sonar-Kit beinhaltet diesen Geberarm hier. Und den Starport Halter, mehrere. Je nachdem, wo ihr das anbringen könnt, könnt ihr den benutzen, der für euch am besten passt. Bei mir war das der hier. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe hier den Routenhalter nach oben drauf, auch von Rail Blaser und das stört in keinster Weise. Also das wird hier oben mit zwei Schrauben festgemacht, vorher ein bisschen Sickerflex drauf, damit es auch wieder dicht ist. Der Arm kommt hier rein, wird arretiert und ist bombenfest. Man kann hier auch noch eine Verlängerung einbauen. Das kann ich auch wieder abnehmen, also das sind 1, 2, 3 Teile. Und wenn ihr die Verlängerung hier einbaut, könnt ihr das auch ein bisschen an die Rumpfbreite von eurem Kajak anpassen. Wieder rein, arretieren, bombenfest. Ja, dann geht es hier weiter. Wir haben hier wieder einen Arm. Den Arm können wir wieder ausklinken und wir können den dadurch verlängern. Da gibt es verschiedene lange Arme und je nachdem, wie hoch, also wie tief euer Kajak ist, könnt ihr das ganz bequem hier anpassen. Bei mir geht die Wasserlinie bis hier oben hin. Also der ist stimmt im Wasser. Bei mir ist alles klar. Man kann den auch noch ausrichten und wenn jetzt, wenn ihr das über den Strand zieht oder über Steine zieht oder wenn ihr irgendwo rein fahrt, könnt ihr den ganz bequem hochklappen. Ja, und somit ist der aus dem Wasser und ist vor Beschädigung geschützt. Könnten wir da reinklappen. Ihr könnt dann auch drehen, je nachdem, was ihr davor habt. Also das ist alles ganz einfach. Die Kabel gehen bei mir nach vorne. Ich habe die komplette Elektronik hier vorne untergebracht. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier extra einen Sack. Da kann man alles reinlegen. Und hier ist dann auch die Box. Hier ist die Box von 3D Structure Scan. Da ist also alles drin. Wenn ich abends nach Hause gehe, nach dem Kajak fahren, mache ich einfach die Kabel ab und nehme die Box mit nach Hause. Ja, mit dem hier. Das kann ich einfach alles mitnehmen. Saubere Sache. Kann nichts geklaut werden. Und trotzdem habe ich hier nur ein einziges Kabel. Ganz wichtig. Ein einziges Kabel, aus der vorne reingeht. Der Rest der Kabel geht durch den Rumpf in meine Mittelkonsole. In der Mittelkonsole ist meine 7 Ampere Batterie. Das reicht mir in der Regel für einen normalen Angeltag. Ja, ich habe das Display selten auf volle Leistung stehen. Also wenn man da so ein bisschen sinnvoll das macht, reicht es für einen Tag. Wenn dann muss man halt eins größer nehmen. Hier innen drin sind die Kabel vom Geber, der unterm Rumpf ist. Ich habe hier ein Loch reingebohrt. Aus diesem Loch kommen die Kabel alle raus, die wir brauchen. Ja. Ich habe einen Schrumpfschlauch drüber gezogen. Ich habe den aber jetzt nicht warm gemacht, sondern der ist quasi kalt. Ich wollte nur, dass es ein bisschen anständig nach was aussieht. Ja, weil ich hasse das, wenn hier überall Kabel rum sind. Und man bleibt dann nur beim Auswerfen drin hängen und sieht einfach auch scheiße aus. So, das Rail Blaser System auch hier wieder. Man sieht das. Ich kann das anwinkeln, wie ich möchte. Wenn ich im Stehen angel, mache es nach oben. Wenn ich jetzt im Sitzen angel, mache es ein bisschen nach vorne. Ich kann das auch immer wieder drehen. Je nachdem, wie ihr das wollt. Und das hält dann auch bombenfest. Ja. Für mich ist das super, weil das so nah ist, dass ich quasi angeln kann und kann zwischendrin mal drauf tippen und kann die Einstellungen verändern. Ja. Das kennt ihr ja. Das HDS 7 ist, glaube ich, keine Überraschung mehr. Also, ich hatte am Anfang noch überlegt, ob ich das HDS 9 drauf machen soll. Aber 7 reicht für das Kajak angeln völlig aus. Ja. 9 ist halt doch schon mal ein gutes Stück größer. Da muss man überlegen, ob man das nicht zu groß ist auf dem Kajak einfach. Ja. Und das war es eigentlich schon. Also der Einbau, die zwei Löcher bohren, das anpassen. Innen drin ein Loch quasi nach vorne in die Mittelkonsole bohren. Hier ein Loch rein bohren. Das sind vier Schrauben, sechs mit den Geberschrauben und in 15 Minuten habt ihr das eingebaut. Man denkt immer wunderbar, wie kompliziert es ist. Das geht super schnell. Also hier bei dem Galaxy Alboran auf jeden Fall, das ist so wirklich mitgedacht beim Konstruieren, dass es so leicht ist, das hier einzubauen. Und ich denke, bei vielen anderen Kajaks wird es ähnlich funktionieren. Ist sehr, sehr gut gemacht hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einbau und mit dem Benutzen der neuen Lorenz Geräte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das bitte in mein Comments-Feld oder schreibt mir eine E-Mail. Ich kümmere mich drum. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.